Ich kenne auch noch, ja, ich kaufe noch ein paar hiervon. Okay. Okay, und ich kaufe schon mal Waffen. Ein Schwert habe ich schon mal. Ein guter Anfang. Ja, und jetzt warte ich. Ach ja, ist das herrlich. Mal gucken. Habe ich noch irgendwelche Spielereien? Hey, sie schicken mir Eisen. Saya, da ihr zum ersten Mal einen Fuhrmannsposten benutzt, lasst mich euch kurz die Bedienung erläutern. Ich mache es nicht zum ersten Mal. Okay, und wieder ein paar Schwerter kaufen. Sechs Stück habe ich schon. Sieben Stück habe ich schon. Ich mache mir eigentlich jetzt nur noch Palas und, also Ritter. Keine Palas. Paladine und, äh, Amorus schützen. Das ist so eigentlich die beste Kombination, die ich jetzt machen kann. Keine Veränderung in der Schatzkammer, my Lord. Ich könnte hier einfach noch meine Bevölkerung erhöhen, kriege ich noch mehr Geld. Das mache ich natürlich jetzt auch. Keine Veränderung in der Schatzkammer, my Lord. Klappt das? Ach. Ich muss noch etwas meine, mein Essen ankurbeln. Die Masse machte es. Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. Und jetzt habe ich noch einen kleinen, ein, etwas vor. Und zwar, wenn ich es finden würde. Aha, hier, die, diese Teile mache ich jetzt einfach mal hinten. Die jeden Tag, wenn ich immer ein Ehre. Jedes Mal. Stopp. Pro. 30 Sekunden oder so. Ich weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall nicht da, wie der Nahrungszufuhr. Das ist kein Problem. Ach ja, darauf würde ich auch noch sparen. Aber doch, das bringt mir auch Ehre. Ja, und dabei wollte ich euch doch, doch den Trick zeigen. Und ich kann was verkaufen. Wahrscheinlich wieder Stein. Bisschen. Genau, jetzt habe ich schon wieder 900. Und davon mache ich mir einfach mal das hier. Und jetzt zeige ich euch den Trick. Ihr macht einfach, falls ihr den nicht schon kennt. Ihr macht einfach einen Wall hier drum rum. So. Einen Wall. Und fertig. Äh, das, da kommen die nicht durch. Weil, sonst gehen da die Arbeiter hier hin. Und dann arbeiten die ja nicht mehr. Ja, und jetzt können die da nicht rein. Also, arbeiten die jetzt weiter. Aber ich kriege trotzdem die gleiche Ehre. Cool, ne? Okay, hier ist das... Sind nicht so viele... Das Volk verehrt euch. Ja, deshalb brauche ich mir da keine Sorgen zu machen. Okay. Und ich kann mir wieder ein paar Waffen bauen. Ach, kaufen. Kaufe ich mir zweimal hiervon und zweimal hiervon. Jetzt könnte ich mir eigentlich schon 10 davon machen. Aber dafür brauche ich noch Gold und Ehre. Viel Ehre noch. Kommt aber alles noch. Och, ich baue nämlich hier alles zu mit Statuen nachher. Kriege ich am laufenden Band, kriege ich dann Ehre. Wie kriege ich eigentlich 132? Gut, 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 gut. Wie läuft das? Das läuft auch gut. Ach ja. Da kommt ja jetzt wieder... Erstmal... Bisschen... Käse an. Komm, mach mal hinne. Mach mal hinne. Bitte. Äh. Ach, ich dachte schon, der wäre zerstört worden. Bauen die eigentlich die Brücke fertig, oder... Was ist damit? Ja, die sieht jetzt nicht wirklich gefährlich aus. Ich mach hier einfach... Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. Und... Töte das alles und fertig ist... Dazu brauche ich erstmal ein Belagerungscamp. Und dann hat sich die Sache auch mit dem. Das baue ich auch jetzt mal sofort, das Belagerungscamp. Und eine Baumeistergilde brauche ich noch. Die ich... Nicht hier umbauen kann. So auch immer. Bis kann ich euch hier nicht... Kommt ihr da einfach rein, oder was? Nee, kommt er doch nicht rein. Kommt ihr durch die Baumstämme. Und fair. Okay. Egal, ich lass das jetzt einfach. Auch nicht so schlimm. Aber wieso kann ich hier keine... Keine Baumeistergilde bauen? Das ist komisch. Oder hab ich schon eine? Ach, ich hab schon eine. Okay. Dann lag das nur daran, da ich kein Gold hatte. Das kann natürlich auch der Grund gewesen sein. Dann nehm ich den nämlich unter Vollbeschuss hier. Zack, zack. Zwei Stück fertig. Wie können wir denen? Hier geht einfach mal... Einer geht. Brücken vor. Hier hin. Baumeister zu Diensten. Der andere geht... Hier hin. Ort bekannt. Ich hoffe mal nicht, dass die Ballisten so weit schießen können. Das wäre nämlich... Nicht gut. Ich hab wieder Gold. Gold, Gold. Das heißt, ich kann wieder kaufen. Okay, ich denk mal, ich mach so 20. 20 reichen erst mal. 24 von 25 davon. Und dann... ...baue ich mir... ...Typ. Dritter ab. Eric krieg ich jetzt immer... Das Volk verehrt euch, Schein. Ach, das ist doch perfekt. Ach, ich hab die Wirtschaft am Laufen gebracht. Das ist herrlich. Das ist echt herrlich. Ich mach dann erst mal hier alles tot. Da alles tot. Da alles tot. Da alles tot. Und hier alles tot. Und dann hat sich die Sache auch erledigt. Okay, sie kommen so weit. Braucht ihr etwas? Nee. Sind aber nicht Instant Death. Ziehen jetzt los! Es geht weiter. Manometer. 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 Unsere Werkzeuge sind bereit. Äh. Töte bitte das. Das stört meine Konzentration. Stehe ihnen zur Verfügung. Du tötest das. Das stört auch meine Konzentration. Hoffentlich treffen die. Das wäre ja epiklich. Naja. Die Treuung ist etwas groß. Aber er hat schon mal getroffen. Ein bisschen. Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. Gebt uns etwas zu tun. Ziehen los! Das ziehe ich dann einfach hier hin. Euer Gnaden. Dann könnt ihr Trieböcke euch nämlich hier drauf konzentrieren. Wir sind einsatzbereit. Gut. Das. Also das läuft besser, als ich jetzt erwartet hatte. 14. Kann ich. Ich kann glaube ich wieder was verkaufen. 80. Es wird ja auch mal so langsam Zeit, dass ich das hier alles fertig mache. Einen kann ich schon bauen. Wow. Aber ich will ja 10 bauen. Also dauert es noch ein bisschen. Und die nehme ich einfach sehr lange unter den Schuss. Also das könnt ihr jetzt nicht verfehlen. Das ist so riesig. Naja, ich glaube das ist sehr schwer mit sowas zu treffen. Ich weiß nicht. Miload? Ihr greift dann nachher das an. Könnt ihr das schon angreifen? Bitte, bitte. Wie können wir denen? Mal gucken. Ich bin ja mal gespannt. Wir dürften eigentlich jetzt angreifen können. So langsam. Baumeister zu Diensten. Ja, sie können jetzt angreifen. Sie können jetzt angreifen. Also kann ich auch angreifen. Töte es. Töte es. Töte es. Töte es bitte. Natürlich. Schuss. Jetzt. Schieß. Ach, sie haben geschossen. Meiner schießt irgendwie nicht. Schießt irgendwie nicht. Okay, ich weiß warum. Ich weiß warum. Jetzt kann ich erstmal ein paar Paladine bauen. Ihr habt nicht genug Gold, um diese Einheit auszubilden. Schreibt euch bei euch doch eine Stallung. Und dann ist die Rache mal. Ich könnte ja hier ein Wassergraben ziehen. Was ist so fun. Braucht ihr etwas? Ihr greift das schön an. Ja, ihr greift das schön an. Wie lautet der Plan? Noch einen hier. Bewegen uns! Gut, gut. Kann ich wieder was machen? Ja, ich kann wieder was verkaufen. Wie läuft das? Das läuft. Sehr gut. Ich kann eigentlich nichts jetzt Großartiges machen. Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. Das Volk verehrt euch, Shaya. Bier, oh, Bier muss ich kaufen. Das Volk verehrt euch, Shaya. Es läuft schon sehr gut, muss ich sagen. Läuft echt gut. Es ist meiner Zufriedenheit, aber ich brauche endlich mal Stallungen. Aber die kosten so... Die kosten einfach nur 400. Das ist unglaublich. Keine Veränderung in der Schatzkammer, mein Lord. Das ist voll kacke hier. 400 für eine Stallung. Dabei nur 10 Holz. Das ist voll kacke hier. Das ist ein kacke hier. Vielen Dank.